Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, da passen die Original- und auch die nachgemachten Akkus. Einzelanzeige des Ladezustandes bei allen 4 Akkus durch LED. Das passt top. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.